Hey meine Lieben und Willkommen zurück zu Bridge of the Another World Alice in Schattenland. Wir müssen erstmal hier noch weiter machen. Also wir spielen jetzt weiter. Bloß ich weiß nicht mehr wohin. Oh, finde Paare von Objekten, die sich hinter anderem verbergen. Mal 12. Ok, Orangenscheibe, Beere, Medizinzeichen, ah da, Beere und Beere. Mal hier, Schere, Pilz, Feder, Uhr, Schnecke, ah, da. Schnecke, Schnecke, Medizinzeichen, Medizinzeichen, Glocke, Glocke, Käfer, ok. Da haben wir die Orangenscheiben oder Zitronenscheiben. Uhr, ah da war der Käfer. So, was haben wir hier? Da haben wir die Uhr. So, was haben wir noch? Äh, Lorbeerkranz, Pilz, Schere, Beere. Was kann ich hier noch aufdecken? Hier, Nagel. Ah, da ist der Lorbeerkranz. Äh, jetzt fehlt bloß halt das hier. Was kann ich hier noch aufdecken? Ah, hier. Grüne Farbe, ja hier. Können wir doch alle drei Farben, oder? Jawollah. Wahrscheinlich so Farbenspiel, Minispiel. Wähle zuerst einen Bereich aus, um danach die passende Farbe, um den Bereich auszumalen. Versuche vorgegebene Bild, das vorgegebene Bild zu reparieren. Also das hier. Die Krone. Äh, das wird nicht leicht. Definitiv. Okay, erstmal das Rot. Dann haben wir das schon mal. Gut, dann würde ich mal sagen, von der Blau hier rüber zu dem Stabteil bis hierher. Oh, habe ich eins vergessen. Nochmal. So, dann das hier wieder aus. Dann würde ich die gelb machen. Okay. Das, das, das. Das, das, das. Die Zacken muss ich erwischen. Dann muss ich halt da eben eine... Ich hoffe, das reicht. Nee. Okay, Krone haben wir erwischt. Mist, ich habe einen Fehler gemacht. Obwohl. Ja, muss ich nochmal neu ausfüllen. Ich habe die Herzen vergessen. Oder doch nicht. Ja doch, ich muss. Da brauche ich dich gar nicht. Ich muss, ich muss die Nummer einfärmen. Ach. Doof. Das ist jetzt doof. Das heißt doof, 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 doof. Doof. Jetzt nochmal. So, jetzt habe ich alles, oder? Und dann, doof. So, dann wieder das hier weg. Dann haben wir die Krone. Jetzt brauche ich blau nochmal. Nee, erstmal rot. Das heißt, ich mache hier das auf. Und führe eine Linie zu dem, äh, zu den rot. Das heißt, das kommt wieder weg. Ich glaube, ich muss auch noch das grüne ausmalen, oder? Ja, wahrscheinlich ja. Dann darf ich das hier noch gar nicht ausfüllen. Dann kommt das erst zum Schluss. Das heißt, ich mache jetzt hier mal alles auf. Weil hier habe ich auch die blau vergessen, also, ja. Aber das war erstmal alles hier auf. Ich muss aufpassen, dass das Mikrofon nicht wieder so nah dran ist. Sonst übersteuere ich wieder. Da habe ich so eine riesenhafte Stimme. Da könnte ich locker Fifi Fofam sagen. So, dann habe ich das. Das heißt, ich brauche jetzt blau. Ah, ja, okay. Das ist nicht schlimm. Ich brauche trotzdem hier blau. Aber das wird halt schwer jetzt. Ah. Das heißt, das geht wieder weg. Das muss ich wieder umfärben. Weil es ist die Frage, wie komme ich da mit der Grün hin? Ob ich... Ja, warte mal. Ich habe eine Idee. Wenn ich das jetzt hier so rumfahren lasse. Das müsste ja gehen. Hoffen wir es mal. So, und... Jawoll. Die Prinzessin ist zu jung, um den Halbsband-Schlüssel zu behalten. Ich werde ihn für sie aufbauen und mich um alles kümmern. Das ist meine letzte Erinnerung an sie, Hutmacher. Und da ist der Schlüssel. Dann haben wir den Schlüssel. Ich habe aber keine Ahnung, warum wir jetzt direkt darin mit hin müssen. Ich vermute mal... Hier hin? Ah ja, genau. Wegen den Halbsband. Okay. 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 Gut zu wissen. Der hatte mir was... Der hat was... Hallo. Der hat was in der Hand. Einen Schlüssel. Einen Geweih-Schlüssel. Und da brauchen wir noch zwei... Äh... Land... Länder. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ach ja, hier. Da ist immer noch dieses... Hahahaha. Ich brauche da irgendetwas. Ich würde diese Schatten gerne tanzen sehen. Doch, ich brauche etwas Licht. Das haben wir nicht. Und das hat sich auch noch gereinnt, verdammte Kacke. Ah, warte mal. Warte doch... Wo ist mein Feuerzeug? Müssen wir jetzt veralbern? Ich glaube, dass wir irgendwas verwendet. Ich weiß es nicht. Ach, damit... Ach ja, das hat ja mein Schatten. Au. Ähm... Ah ja, das Geweih. Das war hier irgendwo draußen. Hier. Uh, das ist doch... Der Uhrenmacher. Oder gab es einen Uhrenmacher bei... Alles mit Wunderland? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Das kann man rausnehmen. Ich habe jetzt aber nichts, was man reinstecken kann. Ohne Griff werde ich hier nicht viel ausrichten können. Ja, das glaube ich auch. Viele, viele Vögel braucht man, um zu wissen, wie froh es ist. Das ist ja eine Scherzfrage. Keine Ahnung. Okay. So viele. Das Raupenschlüssel. Ja, und ich brauche halt noch einen Uhrzeiger-Fehlen. Das ist klar. Okay. Ich finde solche Uhren eigentlich richtig cool. Zum Glück hört man das Ticken nicht. Stillgestanden. Viele Pilze und da ist... Ah, da ist die andere Landkarte. Wir brauchen wahrscheinlich eine Zeitung oder was zum Durchstecken. Da mal ein Buch. Okay. Irgendeine Drachenhülle. Der Weg zur Insel der Flüchtlinge ist lang und gefährlich. Er streckt sich durch Schnee und andere Gefahren. Fliegen wäre die einfachste Methode. Und durch was soll ich das durchstecken? Ich... Schlüssel steckt von innen fest. Ich muss es aus dem Schlüsselloch drücken. Und auf dem Boden etwas... Um es um aufzufangen. Ja, aber wie? 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 Ich Pode. Da legen wir nochINGS vor dem Schlüssel durch. Oder hier so zum Pfeil. Nimmst einen Pfeil, machst... War gut. Irgendein Griff. Lass mich raten! Die Christete sind kaputt gegangen. Ähm... Verwende die Pfeile, um das Teleskop zu bewegen. Finde alle Runen, die oben angezeigt werden. Hier, die hier... Und währe sie aus. Jede Rune wird dir Koordinaten zur Insel der Flüchtlinge zeigen. ok oder kenne ich die runen sind die werden wir dann so angezeigt oder was also bis jetzt habe ich noch keine rune gesehen es ist doch die hat die das ist zwar eine rune aber die gehört nicht dazu ok tschuldigung war schon mal so haben wir eine und was bist du da hinten ist irgendetwas ganz sachte schauen das eine das ist keine die ich brauche also dass es in den wolken auch sein kann ist schon ein bisschen mies würde ich jetzt nicht behaupten ist auch keine die wir brauchen wahrscheinlich doch das ist keine die wir brauchen zwei stück brauchen wir noch aber noch eine mal gescheit absuchen war und jetzt nur noch eine da muss er jawohl man schon die koordinaten so was ist das ambos griff ja vielleicht ja okay wir haben jetzt peek symbol super hier kann ich mit ein werkzeug reparieren werkzeug reparieren ist doch was feines so nützlich okay das klang jetzt sarkastischer als es sein so oder netz einfach wie es wollt wie es wie ihr es wollt das war hier oben oder jawohl mit den karten okay mini blech soldat und einen tkannenschlüssel hier ist auch wieder was oh wieder ein biebiet feuerstein, zylinder, kristall, themis, rosen, katze, lupe hier da mal das freigelegt mal das auch freigelegt wahrscheinlich den zylinder hier mitnehmen ich hätte es jetzt lesen können aber war jetzt so gierig auf dem zylinder okay nur die frage wo kriege ich jetzt den kristall her ah da ist der kristall der bewusste weg um zur insel der flüchtlinge zu gelangen ist durch die luft der orden hat eine besondere flugmaschine dafür angefertigt okay jetzt sind alle frei da ist das hinten fast da ist der feuerstein kneifer kneifer ich habe gerade keine ahnung was ein kneifer ach so eine brille warum heißen die überhaupt kneifer wieso nennt man das nicht einfach brille ich werde ja nicht mal in die kommentare schreiben wenn ihr den grund wisst ja das mal auch gleich mit großen habe ich da auch schon gesehen hier irgendwo da eine lupie eine kette und wo sie die eicheln ich habe die da auch gerade aus dem augenwinkel gesehen da und wir kriegen einen feuerstein jetzt brauchen wir noch barney gerülheimer das war dafür nicht der soldat muss bestimmte bewegung machen um diese kiste zu öffnen und diese bewegung wissen wir leider noch nicht okay der wird wohl kaum hey macarena tanzen aber wir sind noch ein TK ist hier irgendwas verschlossen ich meine wir sind ja hier in so einem TK ein Haus hm haben wir irgendwas verschlossen nein TK Schlüssel Feuerstein und Stahl Feuerstahl hmm ich brauche mal einen kleinen Tipp ich soll hier wieder rauf okay er wird mir jetzt nicht helfen können hier hinten ist ah da was kriege ich da Stricknadel wozu brauche ich eine Stahl naja zu verstehen ja weißt und dann ich bin ein bisschen aufgedreht nicht wundern so haben wir den Schlüssel oh da ist die Flugmaschine es ist Stockduse ich brauche etwas Licht doch holifant den Scheiter nicht ja achso hey jetzt ist das ich brauche etwas Licht ich habe doch nicht Handy das hat eine Taschenlampenfunktion so ist das auch hinüber toll jetzt brauche ich eine Lichtquelle wo soll ich jetzt eine Lichtquelle hernehmen jetzt muss ich mir geil anrufen hm ich habe ja auch nichts wo ich anzünden könnte ich meine ich könnte hier die Kerze mitnehmen aber ich darf ja nicht ah schaut mal da haben wir den Zeiger er sagt bitte nicht dass das eine Lichtquelle ist Glaskugel dafür jetzt muss ich noch rausfinden wo ich die Glaskugel hin bringen muss aber das und vieles mehr in der nächsten Folge meine Freunde hier über mir kommt ihr zu einem weiteren Wimmelbildabenteuer das ich bestanden habe mit euch oder ohne keine Ahnung ist auf jeden Fall ganz geil und dann sage ich mal bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald Untertitelung des ZDF, 2020